ok ich habe was gebraucht ich weiß nicht was es ist upgraded stick es ist schon so ein Schiff der kann ich schon gar nicht mehr loben zumindest nicht schnell das Licht was will man denn mit so einem stock du hast die was ich gewohnt habe das ist das ist Hugo das ist ja krank Junge was ich zünden an Hugo muss brennen was kann ich was was macht man denn mit so einem stock haben wir vielleicht irgendwo ein Messer oder sowas gehabt das funktioniert nicht ah warte mal ja gut das funktioniert nicht ok ok dann gucke ich nochmal hier rein oder müssen wir das alles hier nacheinander abarbeiten ach das haben wir doch schon gemacht starte hier so crafting press e to open and click right to craft bla 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 das ist mir schon klar Molotow Cocktail habe ich schon mal gebaut wie baut man denn eigentlich einen wie baut man denn einen Bogen wie kann ich mit stock und zusammenstellen was meinst du das kombinieren man legt ja mit dem kombinieren was das tue ne na rechts es passt ja nicht alles zusammen was hast du sagst du kannst durch den stock und stein dazu machen und ein seier geht es wieder so und dann steht sozusagen ja was macht man dort also ganz verstehe ich trotzdem nicht weil das und das ist ein Bogen aber der Bogen passt noch nicht zusammen brauche ich das hier noch dazu ach cool ich habe einen Bogen der ist ja hässlich so ich habe einen Bogensteam guck mal guck mich mal an na ich hab den Bogen halt zusammengebaut mit dem Stock oder was ein Stock was war noch ein Seil Seil und Clothes also Kleidung so jetzt versuche ich mal Kleidung hatte ich doch wo naja wo hab ich denn die jetzt versuche ich mal in Airbus zu bauen da brauche ich bestimmt ne Feder ich hab ne Feder ja ich auch scheiße ich brauche noch ne Feder 5 Feder brauchen wir dafür ja ich hab bloß eh ne ich hab 4 eigentlich muss das bloß hier bleiben weil die fallen ja eigentlich immer nach unten ach hier hinten ich hab noch eine gefunden so pass auf da brauche ich doch mal für uns so ich hab mal 5 Pfeiler gewohnt so ich hab mal 5 Pfeiler gewohnt ich hab grad geschießt verblendet das nicht schon na ich komm komm wir gehen mal was jagen aber halt ich muss einfach schnell mein Essen essen oh Gott mein Essen ist weg verkuppelt oh Gott mein letztes Fleisch ja los dann da sind sie angehen ja ich muss einfach was essen ich hab sehr großen Hunger ja die Frage ist halt kann ich denn die Kleidung äh die Pfeile auch besser machen wirst da hm mach doch hin das und ist ein bisschen durchjacken reden was wollte nicht so ich kann aber es werden halt eigentlich die lego arne weil da könnten uns gute rüster ausbauen ja dann müssen wir aber an den anderen Ort hm aber da würde ich jetzt noch nicht hingehen weil ist ja gleich ich bin da hat ja dann gleich wieder Nacht ja ja das ist mal hier so ein Reh aber lass mich mal ein bisschen näher ran könnte man das Fleisch nicht auch irgendwo einlagern naja ich hab halt gedacht da wirst die snackbar da wirst oh was nun oh ich hab vorbeigeschossen ok ich dachte du so oh ich hab jetzt hallo ach da was soll ich denn hier noch steilfleisch hm 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 oh bleib hier oh hm 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 scheiße ich hab gefallen mehr ich tue mal ich tue mal die Axt ausrüsten bau bau bleib stehen wie viel essen habe ich habe ich jetzt ja eigentlich wieder genügend höch ich frage mich gar nicht ob die Axt die ich jetzt habe ist die besser oder schlechter die gleich wäre auch doof oder ja hoffentlich ist naja gut eigentlich dürfte ja nicht besser sein eigentlich nicht mehr aber laut spielprinzip müsse es ja schon sein da fällt so ein baum ja hier läuft ein waschbär wie lange hast du erst noch vermuten ich habe waschbär getötet ja ich gucke mich noch ein bisschen hier um das eigentlich was herr ist ein lizard skins das ist ja eigentlich tricep ist das nicht hoch sahen tricep ist klo aber ich stehe can be used the accret weapons was ist natürlich nur diese komische snackbar die schneckbar ach da kann ich frauen mit herstellen ich habe auch gerade irgendwas mit farbe aber was bringt uns das keine ahnung können wir euch anmalen aber was bringt uns blau und rote farbe war wenn wir das jetzt quatsch und das bis jetzt ich denke dadurch kannst du deine waffen vielleicht wieder reparieren wirst du mit farbe naja es steht da grundierte ja gehst du schon wieder zu weit ne was hängt denn hier rum ein seil noch ein seil aber dass wir das halt auch nicht kaputt schlagen können aber hier sie ist sie schon gar nicht hier nicht immer so Lärm also später wenn du die taschen aber macht das ist ich habe angst wenn die taschen aber ein master suche ich also ganz ehrlich gruselig ja wie machst du die taschen aber eine mit t oder ne musste mit ihr auswählen und dann liegt liegt die auf licht also auf L aber halt wenn du baumstimmen in der hand nimmst ist es gleich wieder vorbei das geht ja mit der anderen mit der mit dem Feuerzeug kannst du das machen in den Baumstamm brauchen wir noch ich komme ich esse es mal was ich bin schon da hängen geblieben du isst erstmal was alter für was eigentlich na für die Snackbau ah warte so und du ich möchte gerne hier was reinlegen ich kann es reinlegen haben wir vielleicht noch ah warte mal ah da kommen wir selbst essen das ist ja doof kombinieren kombinieren hm hm Snackbau du kannst noch du kannst ja den der fuß rein machen hm 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 das speichern wir gut ja ja ich will es auch nicht snackbar keine ahnung ja ich bin nicht ob das jetzt besser geworden ist so ich gucke noch mal hier weiter wir haben ein dingsteig schon gebaut feuer ist ich baue noch was soll ich brauche dafür dann ja ich würde mich interessieren wie lange halten die taschen haben was wir so also bei walkie-talkie steht auf batterie 51 prozent und bei links steht bei mir 50 prozent okay wir müssen doch ein bisschen ist 490 die bühne oder gut rein und oben das mal wieder aus also so ein ding könnte ich nicht eigentlich und die batterien aus meinem walkie-talkie in meine schlampe machen 2 grad minus interessant hallo oder wie ist es eigentlich auch beim fahrzeug schloss oder meine hand sitzt ein vogel ach ich weiß runtergeworfen echt wie hast du ihn runtergeworfen naja es sah zumindest so aus ach so weil er die hand so schnell runtergeworfen das hätte ich mich liebieren ja neben die bank dahinter nicht daneben dahinter oh hier ist es nur jetzt schon ach ich habe es angezündet und er stand mit dem drinnen so macht das scherzlicht aus so was machen wir jetzt oder hören wir erstmal auf wofür ist denn der kack hier eigentlich ja das ist das ist alter das ist wie sagt man dazu so ein wintergarten sage ich jetzt einfach mal dazu aber ist ja eigentlich voll schwul dass man sowas bauen kann tja weißt du für was das aber gut wäre ne wenn du jetzt äh du kannst aber auch in die bäume bauen weißt du wenn du das jetzt hier als plattform nutzen könntest könntest du jetzt hier als ausguck runtergucken so ja ich meine mal sieht nicht so schlecht aus ich würde sagen jeden tag machen wir noch dann gehen wir mal in die andere richtung dann ne wollen wir nur noch mal warten oder was gehen wir gerade zu dann einfach gerade durch oder wie warte mal was auf ich guck mal mit meinem handy ob ich da vielleicht irgendwas finde achso ich erzähl so warte also sehr froh bist weil man kann ja nicht darauf anschließen oder darauf schließen wo wir gelandet sind weil es ist immer relativ unterschiedlich auf jeden Fall kommen wir ja nicht rüber er ist halt die frage wo wollen wir denn hin das ist eine gute frage ja ich lade mir dann das bild mal runter und schick dir das einfach auch mal auch nicht aufs handy ja klar aber auch nicht schwul 20 ne zu spät guck ich mir nicht an was auf ich gucke also wenn das da ist wo ich denke doch das ist da auf jeden fall es gibt solche oh gott mir wird kalt wo bist du hin ich bin nicht der nähe wirst du nicht mehr da was denn jetzt da sagt man einfach jetzt die schluss weil die zeit ist gerade so perfekt ja schön und dankeschön fürs zuschauen und lasst euch gut gehen mein name ist nur hier mit steven zusammen und wir werden uns definitiv noch in anderen projekten wiedersehen wir wünschen euch einen angenehmen tag und sagen damit tschüss bis zum nächsten tschüss